Direkt südlich von Karnaka beginnen. Warte nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchteweise gehört, dass den Leuten die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warte in Karnaka auf mich. Karnaka, was ist zum Teufel ist das? Ich bin ein bescheuerter Name. In Liebe, dein Allison. Okay. Fuck. Scheiße. Okay. Muss ich jetzt kurz nochmal sperren? Ach nee, ich glaube, das war kompletter Scheiße, was ich jetzt gerade gedreht habe, oder? Denn ich bin immer noch... Nö. Oder ist da nicht ein Weg? Doch, doch, da muss ja ein Weg sein, ey. Was ist das denn für... Alter, ihr Dreckssäcke! Du lebst so? Nein, sorry, aber ich will versuchen, die zu retten. Ich weiß noch, ob es klappen wird, aber... Keine Ahnung. Alter, was ist das? Dreckige Schlammkriege. Boah, er hat eine Pennerin wie du das Elixier. Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Wuchen Sie für meinen Jüngeren, damit er nicht krank wird. Danke, Sir. Vielen Dank. Boah. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Vielen Dank. Alter, das hat sich jetzt aber wirklich gelohnt. Einen guten Helm hat doch das alles bekommen, was wir haben wollen. Alter, das sind aber so eine Ärsche, die Pissenecke, da, ey. Alter, wie... Das ist fast wie die englische Polizei. Nee, Spaß. Wow, okay. Okay, überlegt mich gerade, wo ich jetzt am besten hingehen kann. Das sind eigentlich glücklich keine Ratten mehr. Hintertür. Aha. So ein Kunsthändlerhaut. Was muss das hier sein? Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich habe es. Ich hoffe, das sind die nervigen Ratten nicht mehr da. Okay, natürlich einmal Teleport einmal kurz. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wohnung des Kunsthändlers gehen. Aber ich glaube, der ist ja nichts tot, oder nicht? Oder was? Hm. Öl auf den Leinwand. Aha. Es gibt mehrere Stockwerke. Bei allen habe ich nachges... Alter, es hat mir ganz kurz Angst gemacht. Habe ich denn nicht... Knochenartefakt, aha. Wie sieht das? Inventar. Schlüssel. Ein alter Ausleger, Schlüssel. Schlüssel zur Wohnung des Kunsthändler. Alter. Alter, Schwedisch-Schössereien. Keine Ahnung, was jetzt los war. Uah. Alter, die geht. Ah, Scheiße. Wo kriege ich bitte eine verfluchte Kombination? Ist kurz, ja. Wohin gilt der für verdammte Schlüssel da? Hintertür. Das darf man nicht vergessen, das ist eine Hintertür. Das heißt, wenn er eine Fahrtür gibt, muss eine Hintertür da sein. Aber ich konnte nicht so oder so hier reingehen. Ja, hallo, liebe Ratten. Äh, gehen wir ganz runter. Da. Der Outsider ist walking... Ang... Angers. Angers. Habe ich... Okay, ich dachte, ich habe vielleicht was gesehen. Offenbar... Nicht. Okay. Da, da, ja. Okay, Battle. In der Wohnung. Hä? Fuh, fuck. Scheiße, da komme ich hier... Hallo? Suchen Sie was Bestimmtes. Alter, der, der schaut so eingeraucht aus. Ja, bissl, der Band. Okay. Baupil... Nee, brauche ich, brauche ich alles nicht. Bolzen kann ich immer sehr gut kaufen. Apropos, äh, was... Okay, so. Achso, bin ich... Aha, okay. Na, okay, das hat jetzt sowas was von uns zugebracht. Dieser scheiß Schlüssel. Aufpassen, hier schleicht jemand herum. Nö, schwul. Hm, lass mich kurz überlegen. Boah, älter. Gehen wir mal wieder runter. So. Mit Illiganz, wenn ich das sagen darf. Mit Illiganz. Und... Ja, okay. Voll noch im Arsch schieben. Im Arsch. Im Arsch. Okay. Äh, gehen wir mal noch rechts. Noch rechts. 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 So. Ach, genau, das war ja die Sache gewesen. Ups, Salat. Dann tue ich ja mal schnell sperr. So, ich würde gerne zur... ähm, das Hotel gehen. Oh, Brief. Hier, könntest du es lesen. Okay. Da ist gleich das Eingangstür. Fuck. Scheiße. Okay, der geht dann wieder. Sehr gut. Yes. Schnell sperr. Das hat mir ein Glück niemand gesehen. Das ist sehr gut.